Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Solvimus GmbH. Ich melde mich wieder zurück mit einem neuen Video aus der Videoreihe Software Features und heute wird es mal ein etwas kürzeres Video und zwar möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie ab der Version 1.34.1 Firmware-Updates durchführen können. Denn der Vorgang, Geräte zu aktualisieren, ist ab der 1.34er Version wesentlich einfacher geworden. Kurz nochmal zur Info, vorher wurde die Firmware-Datei manuell hochgeladen per FTP und per SSH-Konsole der Update-Befehl eingegeben. Das können Sie nun alles über die Website, über das Webinterface machen und ich habe mir hierfür ein MOOC Easy Plus zur Hand genommen und bin hier im Tab Service. Und hier sind die neuen Buttons oder Schaltflächen dazugekommen aus dem letzten Video Config Export Import und hier gibt es halt jetzt auch die Schaltfläche Update Firmware. Die klicken Sie an und wählen sich die entsprechende Datei aus. Ich habe hier die aktuelle Version. Ich möchte mein Gerät aktualisieren, bestätige das mit Öffnen. Dann sehen Sie schon Uploading Firmware. Also die Datei wird jetzt automatisch hochgeladen. Dann wird das Update durchgeführt und das Gerät neu gestartet und ist dann normal wieder verfügbar. Gegebenenfalls wird man auch aufgefordert, den Cache zu löschen. Und genau, das macht es auf jeden Fall um ein wesentliches einfacher. Ich denke einige von Ihnen, die schon Updates unserer Geräte durchgeführt haben, werden sich freuen. Ich für meinen Teil finde es eine super Funktion. Genau und jetzt ist das Update durchgeführt. Ich habe das Ganze mal übersprungen und weggeschnitten. Sie sehen jetzt hier, dass die Meldung im Browser kommt. The web page version does not match. Please fully reload. Das machen wir mit STRG F5. STRG F5. Erstmal bestätigen und dann STRG F5. Und anschließend ist das Gerät da. Diese Meldung ist wichtig. Da die Browser gerne Website Daten cachen und um Zeit zu sparen und so weiter Daten zu sparen. Alte Versionen gegebenenfalls laden können, damit es nicht zu Konfigurationsproblemen kommt. Gerne auch immer im Tab Service wieder die Version vergleichen. Was wird mir angezeigt? Was hat das Gerät parat? Ja, aber das fangen wir jetzt quasi ab nach einem Update mit dieser Meldung. Dass Sie mit STRG F5 die Seite komplett neu laden und damit der Browser nichts aus seinem Cache lädt. Genau. Update ist durchgeführt. Ganz einfach, indem ich auf Update Firmware klicke, die Update Datei auswähle und durchführe. Währenddessen kann ich wahrscheinlich was anderes machen. Ich kann hier viel Zeit einsparen und es ist nicht mehr ganz so umständlich. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Ich verabschiede mich. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.